Im Video zum Thema Basiswissen Jahresabschluss habe ich dir über das sogenannte Vorsichtsprinzip berichtet. Dieses besagt, wir dürfen uns als Unternehmen nicht reicher darstellen, als wir wirklich sind. Dies hat zur Folge, dass wir unser Vermögen, dargestellt in der Bilanz auf der Aktivseite, niedrig bewerten müssen. Dies gilt sowohl für das Anlagevermögen, wie auch für das Umlaufvermögen. Auf der anderen Seite müssen wir unser Fremdkapital und eben damit verbundene Risiken hoch bewerten. Tun wir dies, dann erfüllen wir unsere Pflicht, nämlich ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unseres Unternehmens zu vermitteln. Heute möchte ich dir die Bewertungsregeln für Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten noch einmal kompakt zusammenfassen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Poo Education. Vor dir siehst du einen Überblick über die Vermögensgegenstände, Anlagevermögen und Umlaufvermögen sowie die Verbindlichkeiten eines Unternehmens. Und all die Posten werden wir uns nun dahingehend ansehen, welche Bewertungsregel für diese Positionen gilt, was deren Ausgangswert ist, wann eine Abwertung nötig ist und wann möglicherweise eine Aufwertung erforderlich ist. Übrigens, dieses Video hier ist quasi eine Vertiefung zum Video Basiswissen Jahresabschluss. Ich blende dir dieses Video nun hier oben ein. Wirf gerne einen Blick rein. So, lass uns nun aber mit den Bewertungsregeln starten. Beginnen möchte ich mit dem Anlagevermögen. Anlagevermögen. Dieses untergliedert sich in das sogenannte nicht abnutzbare Anlagevermögen. Hierzu zählen Grundstücke, aber auch Wertpapiere, die im Unternehmen länger als ein Jahr gehalten werden. Auf der anderen Seite gibt es abnutzbares Anlagevermögen. Beispiele hierfür sind Maschinen, PKWs, LKWs. Diese verlieren Jahr für Jahr an Wert, eben durch Nutzung im Unternehmen. Für beide gilt, es kommt das sogenannte gemilderte Niedestwertprinzip zur Anwendung. Ausgangswert für das nicht abnutzbare Anlagevermögen sind die Anschaffungs- oder eben die Herstellungskosten. Wird der Anlagegegenstand käuflich erworben, dann sind es eben die Anschaffungskosten. Wird der Anlagegegenstand im Unternehmen selbst hergestellt, dann sind es eben die Herstellungskosten, die als Ausgangswert dienen. Wenn du nicht mehr genau weißt, aus welchen Positionen sich der Anschaffungswert zusammensetzt, dann schau dir gerne dieses Video an, das ich dir jetzt hier oben verlinke. Es behandelt exakt dieses Thema. Wenn nun also ein Gegenstand des nicht abnutzbaren Anlagevermögens, also beispielsweise ein Grundstück, dauerhaft an Wert verliert, weil sich etwa in einem Ort die Verkehrsplanung ändert, dann muss eine Abwertung auf den niedrigeren Teilwert vorgenommen werden. Wird davon ausgegangen, dass der Abwertungsgrund nicht dauerhaft ist, dann darf keine Abwertung vorgenommen werden. Du darfst also nur abwerten und musst es dann auch tun, wenn der Abwertungsgrund von Dauer ist. Eine Ausnahme gibt es bei Finanzanlagen, also bei Wertpapieren des Anlagevermögens. Hier kann auch abgewertet werden, wenn man davon ausgeht, dass der Abwertungsgrund nicht dauerhaft ist. Wenn ich nun in einem der Vorjahre eine Abwertung vorgenommen habe und diese Gründe für die vorgenommene Abwertung, die fallen nun weg, dann muss ich wieder aufwerten. Hierbei musst du allerdings beachten, dass es eine Höchstgrenze gibt, nämlich die Anschaffungs- oder die Herstellungskosten. Es kann also nie vorkommen, dass ein nicht abnutzbarer Anlagegegenstand, also ein Grundstück oder eben ein Wertpapier des Anlagevermögens, höher bewertet wird als der Anschaffungspreis oder die Herstellungskosten. Dies stellt die Bewertungsobergrenze dar. Du darfst nie höher den Wert ansetzen als die Anschaffungs- oder die Herstellungskosten. Ein ganz wichtiger Punkt. Nun weißt du auch, warum diese Bewertungsregel gemildertes Niederstwertprinzip heißt. Nämlich deshalb, weil nur abgewertet werden muss, wenn eine dauerhafte Wertminderung vorliegt. Bei einem nicht dauerhaft bestehenden Abwertungsgrund ist nämlich bei Grundstücken keine Abwertung erlaubt. Eine Ausnahme stellen hier wie gesagt nur Finanzanlagen dar. Hier kann auch abgewertet werden, wenn kein dauerhafter Abwertungsgrund vorliegt. Kommen wir nun zum abnutzbaren Anlagevermögen. Auch für dieses gilt das gemilderte Niederstwertprinzip. Und auch hier stellt der Ausgangswert die Anschaffungs- bzw. die Herstellungskosten dar, jedoch hier vermindert um die jährliche planmäßige Abschreibung. Wir wissen ja, dieses abnutzbare Anlagevermögen verliert Jahr für Jahr an Wert durch eben die Nutzung im Unternehmen. Wie sieht es nun bei einer Abwertung aus? Auch hier gilt, bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung muss eine Abwertung vorgenommen werden. Und auch hier gilt, ist der Abwertungsgrund nicht dauerhaft, dann darf keine Abwertung vorgenommen werden. Die Aufwertung gestaltet sich beim abnutzbaren Anlagevermögen ähnlich wie beim nicht abnutzbaren Anlagevermögen. Fallen nämlich die Gründe für die vorgenommene Abwertung weg, dann muss eine Aufwertung zwingend erfolgen. Aber auch hier gilt, die Aufwertung darf maximal bis zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vorgenommen werden, vermindert um die jährliche planmäßige Abschreibung. Wo liegen nun also die Unterschiede zwischen dem nicht abnutzbaren Anlagevermögen und dem abnutzbaren Anlagevermögen hinsichtlich der Bewertung? Für beide gilt ja das gemilderte Niederstwertprinzip. Ausnahme beim nicht abnutzbaren Anlagevermögen sind wie gesagt die Finanzanlagen. Hier kann auch eine Abwertung vorgenommen werden, wenn der Abwertungsgrund von nicht dauerhafter Natur ist. Ansonsten ist ja nur eine Abwertung erlaubt und muss dann auch vorgenommen werden, wenn der Abwertungsgrund voraussichtlich von Dauer ist. Nicht abnutzbares Anlagevermögen wie Grundstücke oder eben Wertpapiere unterliegt ja keiner Nutzung und damit auch keiner Wertminderung durch Nutzung. Wenn also hier eine Abwertung bzw. eine Abschreibung vorgenommen wird, dann spricht man von einer sogenannten außerplanmäßigen Abschreibung. Abnutzbares Anlagevermögen hingegen verliert durch Nutzung an Wert. Hier spricht man dann von der sogenannten planmäßigen Abschreibung. Allerdings kann es bei abnutzbarem Anlagevermögen überdies zu einem Wertverlust kommen, nämlich dann, wenn beispielsweise eine Maschine durch Beschädigung, Unfall oder durch höhere Gewalt eine plötzliche Wertminderung erfährt. Auch Außenwertschwankungen wie etwa sinkende Marktwerte oder die technische Überholung von Geräten oder Maschinen können Auslöser für eine plötzliche Wertminderung und damit für einen Grund für eine außerplanmäßige Abschreibung sein. Lass uns nun zur Bewertung des Umlaufvermögens kommen. Hier gilt im Gegensatz zum Anlagevermögen das sogenannte strenge Niederstwertprinzip. Was zählt nun alles zum Umlaufvermögen und unterliegt damit dem strenge Niederstwertprinzip? Es sind unter anderem Vorräte, Forderungen aus noch nicht gezahlten Lieferungen und Wertpapiere des Umlaufvermögens. Ausgangswert ist wie auch beim Anlagevermögen der Anschaffungswert bzw. die Herstellungskosten. Im Gegensatz zum Anlagevermögen muss beim Umlaufvermögen aber bei jeder Wertminderung zwingend abgewertet werden. Das heißt es spielt überhaupt keine Rolle, ob der Abwertungsbedarf als dauerhaft oder als nicht dauerhaft eingestuft wird. Ist eine Wertminderung gegeben, muss auf den niedrigeren Teilwert abgewertet werden. Bei der Aufwertung sieht die Sache so aus, dass eine Aufwertung vorgenommen werden muss, wenn die Gründe für die vorgenommene Abwertung wegfallen. Dies ist also gleich wie beim Anlagevermögen. Und auch hier gilt, die Höchstgrenze stellen die Anschaffungs- bzw. die Herstellungskosten dar. Du siehst also, streng ist dieses Bewertungsprinzip deshalb, weil auch abgewertet werden muss, wenn der Wertminderungsgrund als nur vorübergehend eingestuft wird. Beim Anlagevermögen mussten wir nur dann abwerten, wenn der Abwertungsgrund als dauerhaft eingestuft wurde. Beim Umlaufvermögen spielt dies keine Rolle. Hier muss immer abgewertet werden, egal ob dauerhafter oder vorübergehender Abwertungsgrund. Kommen wir nun noch zur Bewertung der Verbindlichkeiten. Hier gilt das sogenannte strenge Höchstwertprinzip. Ausgangswert stellt der sogenannte Entstehungswert dar. Das ist jener Wert, zu dem in Euro ausgedrückt die Verbindlichkeit entstanden ist. Wann kann es nun zu einem Aufwertungsbedarf bei einer Verbindlichkeit kommen? Stell dir vor, wir haben eine Ware bei einem Lieferanten in den USA gekauft. Natürlich für US-Dollar. Nun kann es sein, dass sich die Währung nachteilig für uns entwickelt und zwischen dem Zeitpunkt der Rechnung und dem Zeitpunkt 31.12., also Bilanzstichtag, wir einen Kursverlust erleiden. Das heißt, die Verbindlichkeit gegenüber unserem Lieferanten ist am Bilanzstichtag, also am 31.12., durch Wechselkursschwankungen höher als zum Zeitpunkt der Rechnung. Wir müssen ja dem Grundsatz der Bilanzvorsicht Rechnung tragen und daher müssen wir am Bilanzstichtag eine Aufwertung dieser Verbindlichkeit zwingend durchführen. Habe ich nun eine Aufwertung bei einer Verbindlichkeit vorgenommen und diese Gründe für die vorgenommene Aufwertung, die fallen nun weg, dann muss zwingend eine Abwertung vorgenommen werden. Beachte allerdings auch hier, die Höchstgrenze für diese Abwertung stellt der sogenannte Entstehungswert dar. Das heißt, ich darf eine Verbindlichkeit in meiner Bilanz nie höher ausweisen als zu jenem Wert, zu dem sie damals entstanden ist. Zu all diesen hier vorgestellten Bewertungsregeln habe ich bereits Videos mit praktischen Beispielen erstellt. Du findest diese in meiner Playlist Jahresabschluss. Schau hier gerne mal vorbei. Und damit du künftig kein neues Video mehr versäumst, empfehle ich dir, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das heutige Video ist doch recht lang geworden, aber ich glaube, du hast jetzt einen guten Überblick über die wichtigsten Bewertungsregeln. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet und bis hierher durchgehalten hast. Ich freue mich schon auf das nächste Video, habe eine schöne Zeit und wir sehen uns sicher bald. Ciao!